was ist eigentlich die höchste tiefe die ich erreichen kann 192 ok da sind wir noch etwas weg von würde ich mal sagen gut hier haben wir einigermaßen gestript meint und ja eigentlich wollte ich mich ja noch um rüstung und zu kümmern deswegen gehen wir mal in unsere stocks die abwesten Maleshirts, Helme, Gauntlets mitten in den Bands, Highboots, Lowboots, Schilde. Okay, okay, okay. 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 Okay, perfect. Okay. Gut, das heißt, wir gehen jetzt erst einmal durch, was wir brauchen. Was wir haben und was wir brauchen. Ja. Stocks. Gut, was haben wir denn? Gucken wir mal. Ammonition ist egal. Wir brauchen erst einmal Armor. Brauchen wir noch... Oh, das ist Large. Large können wir einschmelzen. Wir brauchen Iron Male Shirt. Vier. So. Footwear. Da haben wir acht High Boots. Also brauchen wir High Boots. Haben wir acht. Das wären also vier Paar. Wir brauchen aber zehn Paar. Also brauchen wir noch zwölf. Und Low Boots haben wir zwei. Brauchen also noch 18. Gauntlets haben wir zwölf. Brauchen also noch... Haben wir zwölf. Brauchen also noch acht Paar. Also acht insgesamt. Ich schreibe dahinter mal jeweils die Hälfte hin. Weil ich auch gucken muss, ob beim Herstellen von High Boots und Low Boots jeweils zwei hergestellt werden. Iron Helmets brauche ich vier. Ja. Shield Bucklers sind gerade egal. Oh, Legwear. Ich habe Leggings sechs. Also brauche ich davon noch vier. Also Chain Leggings. Chain Leggings vier. Und Greaves brauche ich zehn. So, dann brauche ich noch... Silver Spear. Auch zehn. Und dann ist jetzt noch die große Frage... Kann ich Silver Crossbows bauen? Nein. Dann brauche ich noch... Cross... Oh... Drei. Bei einem Crossbows kann ich herstellen. Gut. Okay, soviel dazu. Jetzt aber noch ganz kurz gucken. Ja doch, Armor. Iron. High Boot, Low Boot. Da sind Greaves. Und den brauche ich zehn. Aber jetzt erstmal gucken. Low Boot und... High Boot. Und eine Wild Force of Darkness. Has arrived. Snatcher, protect the children. So, wo ist die Wild Force of Darkness? Warum habe ich das Gefühl, dass die abgehauen sind? So, jetzt zeigt mir aber mal... Ah ja, zwei Low Boots. Und zwei High Boots. Okay. Kann also... Kann also... Jetzt weiß ich, ich brauche noch fünfmal hiervon. Und... Achtmal hiervon. Vier Gauntlets. Let's... Äh... Ne, ich wollte... Amor Iron. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Äh... Ach ne, das wäre mittens gewesen. Ne... 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 Decker, ja. Genau, Greaves und Leggings. Weiß... Ne... 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 Weißen Blätter von... Habe ich genug. Helme... Fehlen noch vier. Mal gucken, wird daraus ein Chainleggen? Ja, Iron Chainleggen. Okay, da seid ihr drauf und scheint es endgültig am Arsch. Ja, auch wenn es hart klingt. Also jetzt brauchen wir nur noch drei Chainleggens. Dann geben wir das alles mal in Auftrag. Also, Iron Male Shirt. Brauchen wir vier. Iron High Boot. Baume auf fünf. Iron Low Boot. Acht. Iron. Gauntlet. Habe ich jetzt hier nur aufgeschrieben. Machen wir erst mal vier. Iron Helm. Auch erst mal vier. Iron Leggings. Drei. Iron Greaves. Genau, zehn. Silver Spare. Zehn. Und gucken wir allgemein mal nach Crossbow. Ja, Iron Crossbow. Drei. So, das wird jetzt unser großes Schmelzen sein. Dann gucken wir noch mal kurz nach den Iron Gauntlets. Da habe ich sechs Paar. Vier mache ich. Also. Iron Gauntlets. Da höre ich auf 14. Und da gucken wir mal. Was haben wir an Schilden? Hm. Wir haben nur sechs Iron Shields. Und dann fügt noch Iron. Iron Shields. Vier hinzu. So, dann haben die mal was zu tun. muss er sein. So, dann. So und ich glaube wir können die Lever wieder umlegen. Hier graben sie noch fleißig. Es ist echt schön, dass wir so eine friedliche Höhle gefunden haben hier oben. Okay Fisch. Also die Fischer fischen hier fleißig. Und da wir jetzt wieder Knochen haben. Ähm... Autoproduktion für Bone Bowls. Wie viele Bone Leather haben wir denn? A3. Und angepisst davon ist... Dacost. Also... Bone und Leather. Nehmen wir den beiden das mal weg, damit Dacost hier schaffen kann. Das dürfte ihn vielleicht ein bisschen ablenken. Dacos. 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 Vielen Dank. Ja, jetzt darf er wieder ein bisschen was herstellen. Satisfied at work. Gut. So, unsere Auflistung hier können wir wieder zumachen. Was haben wir gerade? Kein... Wir lernen Fässer mehr oder was? Sieht eigentlich fast danach aus, als ob wir gerade keine deren Fässer mehr hätten. Ah, kein Bett. Barrels. Müssen wir wieder runter in die Höhle noch mehr Dinger hacken? Oder liegt da noch Holz genug rum? Da, wo wir gehackt haben. Ja, hier liegt noch mehr als genug Holz rum.